So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Total War Warhammer 3 mit dem Imperium Karl Franz und in dem Fall hier Balthasar Geld, wo ich in der letzten Folge noch gesagt habe, wir werden das kämpfen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir das hinkriegen, bin ich sicher sogar. Die Idee ist, die hier abzuknallen, mit der Kavalerie in die Artillerie reinzurennen, das alles zu machen, bevor die zweite Armee auftaucht und dann die zweite Armee auch wieder mit der Kavalerie reinzurennen. Los geht's. Die ist wie immer noch, wie immer, live Let's Play. Auf Twitch gestreamt, dafür drüber nach 3D hochgeladen, für alle, die das gemütlich, Folge für Folge schauen wollen, weil sie nicht über den ganzen Abend zum Beispiel alle Streams verfolgen können oder so, also über die Abende. Und dann auf absolut entspannter, oh, die Verstärkung kommt von hier, das ist sehr gut für uns. Weil die Verstärkung aus dem Rücken kommt, können wir ihn überrennen, dann eine Wende machen und ja, das spielt uns sehr in die Karten. Das spielt uns sehr, die Karten, so. Show us the foe! William the foe. Ready for war! Demogryph Knights! Sigma calls! Send us out! We are Sigma's heirs! Ready for war! For Held und Hammer! Moving now! Demogryph Knights! Sigma! Ready to serve! Demogryph Knights! No lingering! For the Emperor! For the Emperor! Faster! Moving faster! Heirstorm! Handgunners! Powder drive! Powder drive! Ready to fire! All ranks fire! Formation match! Heirstorm! For the Twin-Tale coming! So, dann versuchen wir noch schnell den Kommandanten zu kühlen. Und den Kommandanten habe ich so, dass dann bricht die Moral. Ist doch nicht unerheblich. Quick march! Handgunners! Missiles will fly! Demogryph Knights! By Ulrich's wrath! By Ulrich's wrath! Cavalry ready! Sigma! By Ulrich's wrath! For the Held und Hammer! We serve the Emperor! Demogryph Knights! Ready! Ready! By Noon ready! We are Sigmar's Heirs! Hellstorm Rocket Battery! Die müssen wir schon drehen. Aber auf der Seite haben wir das alles. Demogryph Knights! Quick march! Standing by! Handgunners! Demogryph Knights! So, also diese Seite haben wir jetzt. Müssen wir die andere Seite noch killen. Bastide Restless! To combat! Taking position! Müssen nur, nur, nur treffen. Taking aim! Moving! Handgunners! Held und Hammer! Held und Hammer! Demogryph Knights! Ready! Ready for war! Feuer! Warte, wenn ich Baltasar hier noch hinschicke, kann ich noch nächtig rein zaubern. Für Held und Hammer! Für Held und Hammer! Demogryph Knights! Formation! March! Miss Edge! Ja, das ist alles gut. Das ist alles gut. So, alles gut! Das Wasser, nicht mehr. Das Wasser! Verletzieren! Das ist alles gut. SiegmarАnt! Hey, das ist alles gut. Siegmar-auf-auf-lich! Forma Ring-auf-Baddle! Demogryph Knights, take the ground, ready to serve, no lingering, Demogryph Knights, go, take his armor down and take the other one over. Ein bisschen Slayer, da soll ich die eigentlich nicht rein. In Rage! Weapons Prime, so! Moving now! Hellstorm! We serve friends! Charge! Sigma calls! Ready for war! Ja General! Jetzt fliehen alle außer er. Ich muss sich dann die alle hier rauslegen. Kann die mal schnell aufstellen. Die hier drauf los schicken. Ist nämlich so, er ist auch ein Slayer. Der flieht auch nicht. Der ist ein Problem. Ich habe trotzdem ein Problem mit dem Muskit. Ah, top ich ein bisschen zu nahe. Okay, die müssen jetzt schnell abstellen, weil sie jetzt genau die Leute waren, naja. Schließen sie einfach in den Rücken. Hm, der ist dann fallen lassen, brennt. Alter, der Dude, ne? Was hält denn der aus? Okay, damit haben wir diese Zwerge auch getötet. So, ja, warst du, den ultimativen Sieg, den haben wir schon, aber ich will den groß noch und das Imperium einen. Das muss einfach schon sein. Wird aber nochmal ein Abenteuer, weil Kislev gerade fällt im Norden um. Die Eiskönigin, die werden wir schützen können, aber die Orthodoxie nicht. Die Orthodoxie werden wir nicht schützen können. Kostaltin, den Herren tatsächlich, der hier abgebildet ist, ne? Ich denke, es ist nichts gestorben bei uns, auf der anderen Seite sehr viel. Ich warte eigentlich, bis die Welten waren, die wir in den Krieg erfahren. Wir haben aber ein paar Probleme tatsächlich. Verarsch mich jetzt. Ah, die haben jetzt sogar konföderiert. Dann spielt das eh keine Rolle mehr. Ach so, es gibt nur noch die große Orthodoxie. Ach gut. Ich dachte, die hätten andersrum konföderiert. So, also die Hochhelfen hier, die strugglen tatsächlich ein bisschen. So wie es aussieht. Ähm... Die... Die Zwerge hier unten. Die zerflettern gerade alles, ne? Dein ist eine insufferbare Reise. Du kennst die Komet! Du kennst die Komet! Du kennst die Komet! Also ich hatte ja gesagt, dass Chris zusammen mit dem Narrischen hier oben dann weitergeht. Der Narrische kriegt jetzt noch ein Reiterchen. So, Sarelin und Co. Sarelin geht einfach mal schön belagern. Nein, dann belagern gehst du gar nicht, weil... ...was gegangen ist. Kannst du aber theoretisch... ...und dann greifen auf die schnell ran. Mach einen Blitzschlag. Dann hat sich die Geschichte hier erledigt. Weil Arkendorf ist rechtmäßig eigentlich menschlich. Weil Arkendorf ist rechtmäßig eigentlich menschlich. So, damit haben wir das wieder. Diese Küste. Dann ist eigentlich das nächste Ziel, ihn den Karak wegzunehmen und dann sind die eigentlich recht hilflos. Ja, mein Herr. Auf der Seite will ich noch den Grum-Gipfel und die restlichen Sachen in diesem Gebiet mitnehmen. Deswegen hat mir Boris hier noch hingeschickt. Wir müssen die Zwerge auf dieser Seite in die Knie zwingen. Eine mannhafte Niederlage soll es jetzt also werden. Dann belagern wir das Ganze. Ich glaube, Otto von Ries schafft das schon hier, ne? Und wenn die jetzt eh konfederiert haben, spielt das da gar nicht so genau. Das heißt, touch this, du kannst da hin. Oh. Er dürfte hier nicht bis rüber kommen, aber wir können das hier grauen auf der Seite. Ich will eigentlich wirklich diese Berge noch schnell safe haben. Ich teile es schon durch, so ist es nicht. Hilflos, ich glaube, hier weniger. Du meinst die Zwerge hier? Ja, natürlich sind sie dann nicht hilflos. Die haben hier die Krummzahnfestung und dann haben wir Karagaskal. Also wir haben... Die haben schon noch einiges. Ich glaube, Schwarzfels ist sicher auch ausgebaut. Aber das ist trotzdem ein herber Schlagen, wenn das Ding mal weg ist. Wenn ich hier so ein bisschen diese Berge kontrolliere, dann ist das eigentlich der Pass, ne? Dann ist das mal gut. Ich will Frieden, weil sie hier gleich tot sind. Deswegen wollen die Frieden. Die Idee ist eigentlich nach vorne. Was hat der Emperor gebetet? Zu den Provinzen! Ich muss mich nach irgendwo was holen. Das hier. Das und dann zurück. Ich würde ihm eigentlich noch gerne sagen, dass er dieses Ziel hier angreifen soll. Ich habe einen dem nur angreifen. Ich weiß nicht, ob das Geld ist, würde ich eigentlich keine Löffel zu holen. Hört zu, hol das da. Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Wer denkt so? Ready? Sehr gut, ich werde das machen. Let's begin. Buy the Comet. Nein, ich werde das nicht schämen, was die machen. Nein, ich werde das nicht schämen, meine Klan. Ich werde das nicht schämen, was die machen. Wahrscheinlich holen sie die Verstärkung da noch. Mein Vert alcant我觉得คร selber machen Entschuldigung nicht ausbauen ausbauen Stört mich doch sehr, dass wir jetzt nicht irgendwie Frieden schließen können mit denen, nachdem wir das schon geschafft haben. Ich bin doch ein bisschen doof. Muss ich dann doch sein. Der Hochelf verliert hier übrigens gegen normale Zwecke. Nur, dass ich es gesagt habe. Einfach, dass ich es gesagt habe. Sieht den Kommen, Starbrat! den Dings dann hingekriegt habe und was ich dann mit den Zwecken verhandeln kann. Nicht jetzt. Wollen sie die andere Armee denn jetzt noch her? Scheiße. Das bleibt mir übrig, das zu kämpfen. Ah, vielleicht hatten sie ganz oben noch eine Armee. Scheiße. Ja, kommt so viel Unterstützung noch rein, meine Fresse. Kein Bock auf die Schlacht. Hier war ich null Bock auf die Schlacht. Outriders! Outriders! Go! It is an honor! Ready! Quick march! Hold and drive! Astromancy! It'll die when there's blood! Why do they need so long? Oh, I've made a mistake. I'd have to send them outside. Ready! For Hildenhammer! At speed! For Azer, locked! Ready for wall! Sigma Exaltant! Yes, sir! Quickly! Go! For the Emperor! Go! 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 Dann leg ich die jetzt raus. Anstrengung! Grif-Swords! Geh die Position! Die Himmels fliegt! Demigriff-Nights! Prima, danke für den Raid, man. Danke schön für den Raid. Die restlichen sind tatsächlich schon gespawnt. Ja, kann es gleich wieder gehen. Brauche ich nicht. Kann ich so uns abschauen. Ne, das ist noch nicht geblieben. Demigriff-Nights! Ja, wenn ihr euch so aufstellt da, Jungs. Ulrichs-Roth! Kodak! Kodak! Ich weiß nicht, ob wir hier gut rein-säbeln so, aber es sieht schon mal nicht schlecht aus. Okay, ihr könnt auch gleich wieder gehen, Jungs. Ich weiß nicht, für was ihr überhaupt hier antanzt. Sorry. Demigriff-Nights! 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 Verbrannt! Ich schau mal schnell, wie mit dem Demigriff-Nights. Ja, Jungs. Und ich weiß nicht, wie ich die Krise von euch ne. Ich weiß nicht, wie ich die Krise von euch ne. Er geht gleich wieder raus. Entstanden? Trostballs bereit, General! Wir servieren den Emperor! Ruh! 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 Yes, General! Verena! Guide R.A. Handgunners! Bei Ulrichs-Roth! Great Swords! Formation March! Nicht, dass er sich mehr tun. Könnt ihr bitte alle zurück jetzt hier? Verdammte Scheißen haben wir. Jetzt machen wir auf Pause. Jetzt bin ich es aber leid. Ihr rennt hier raus. Ihr rennt hier raus. Jetzt gleich im Strahl hier echt. Ihr stellt euch anständig auf. Ihr kommt in die 4. Ihr stellt euch hier hinten auf. Ihr seid die 3. Stellt euch bitte da auf. Kommandanten können sich alle hier aufstellen. Dankeschön. Entschuldigung. Ihr seid nicht die 3. Ihr seid die 4. Entschuldigung. Ihr seid nicht die 3. Ihr seid die 4. Der geht auf die Augen und kann dann noch los. Ihr müsst auch weg. Der geht auf die Augen und kann dann noch los. Ihr müsst noch weg. Charge! Demingryph Knights! Great Swords! For Held and Hammer! Demingryph Knights! Great Swords! And Gunners! Take the ground! And Gunners! We're ready! Take the ground! Hand Gunners! With Haste! The ground quakes! Grymars! For the Emperor! Demingryph Knights! For the Twin-Tailed Comet! Sigma! Remember your vows! For the Warhammer! Sigma guides us! Fire! Fire! I'm an everyday slave! Us! Us! Help us! The Empire Endures! Send us out! The Empire Endures! Awaiting order! Yes sir! Quickly! Finding rain sir! Take the ground! Take the ground! Take the ground! We await your orders! Taking position! Charge! We serve the Emperor! But your Ulrich. For the body! Do some of these lands! They're all winning! And will be winning! We are Sigma's arms! The ground quakes! Demingryph Knights! We obey! To battle! Swiftly! Was? Ich habe alles drin. Uh, ich habe alles drin. Ich habe alles drin. Ich habe alles drin. Ich habe alles drin. Smoke und Mirrors. Send uns aus. Ja, schnell. Zegmar! Ready to serve. Ready for orders. Battle of the Wizard. Dann meine Sense durch. Demografen Knights! Attack! For Heldenhammer! For the Emperor! For friends! Jetzt müssen wir da drauf und ohne Befehl wird gar nicht mehr geschossen. Halt Feuer! Wir werden mit uns! Ready for war! Weg bis zu. Gut! Heading her, bitte! Ja, Sir, quickly! Stefan ist nicht da, der Aufkommestellung. Ja, hm. Der kommt wieder. Die Bretonnia! Michael Maras! To battle! For France! That's an order! End Gunners! Formation March! Sigma Preservers! Squares! I do not fear death! Michael Maras! Michael Maras! For the Emperor! Demogryph Knights! For France! Demogryph Knights! Ready, my lord! Demogryph Knights! Charge! Hold fire, fellow! Quick march! For Heldenhammer! Take position! Der wird er zurück. Der wird er auch zurück. Der wird er auch zurück. Good! Demogryph Knights! We serve friends! Algu calls! Death to the faithless! Formation March! Standing by! State troops! Ready! Withdraw! For Heldenhammer! No lingering! In range! The Empire endures! Hail Sigma! Sir! Prepare for Corbett! Captain of the Empire! Now! On my command! Show us the foe! Take your tongue! Yes, my lord! Sir! Doing your bidding! Handgunners! Catch the leader! Break source! Have you heard of it? The Empire endures! New armor! Let's go to the leader! Watch out! The Empire Endures! Happy Newpas! The Empire Endures! The Empire Endures! A lost my mind! A full-up! The Empire Endures! so, ich hatte ja in einer Folge, ich glaube es war Folge 20 oder so, hatte ich ja gespeichert also hatte ich ja die nächste Folge gestanden da hatten wir die eine Siedlung angegriffen da kam die Verstärkung so blöde rein, ich habe jetzt gecheckt, wie man es machen kann die bereits angeschwächten Truppen einfach wieder rausschicken dann kommen die nächsten in der Liste und so kann man das ein bisschen überbrücken in der einen Folge, wo ich ja dann die Folge neu gestartet hatte das habt ihr auf dem Let's Play Channel nicht gesehen, aber ich habe es ja gesagt dass ich dann auch den Pratokal Franz noch getauscht hatte äh, ist schon ein bisschen was draufgegangen nein, im Grund du kannst mich nicht manipulieren du kannst mich manipulieren du kannst mich nicht manipulieren ich fahre aus Chirid ich führte mal schnell da rüber und das dazu lohnt, das dann irgendwie über jemanden zu schenken oder so ich fahre aus Chirid ich fahre aus Chirid ich fahre aus Chirid kleinen prasseln ich will marscheln die menschen, das empfiehre ich glaube ich lass die mal hier Mit denen eigentlich eine Frieden schließen. Er flieht gleich. Oh, ich kriege aber gar keine Verstärker. So, bist du jetzt so geschwächt, dass du... Och, nö, echt jetzt? Echt jetzt? Ja, komm, über den Spielerfokus müssen wir einfach gar nicht mehr reden hier in dem Spiel. Komm, das ist ein Witz, ne? Das ist ein Witz. Die fressen sich von hier, hier durch, sind jetzt hier, hätten hier eigentlich noch ne, ne? Und jetzt kommen die hier mit drei, aber die denken sich, ja, doch gut, gehen wir jetzt. So? Auf den Weg! Pfeifen die Zeit! Stopp! Nein! Okay, also. Also, wenn jetzt noch was stirbt, dann stimmt das ganz und gar nicht. Okay. Stimmt das ganz und gar nicht hier. Ja? Ich werde alles für Sigma tun. Gelegt durch Sigma. Also? Das wird die Net... Die Berechnung ist aber komisch. Ja? Ja. A sound plan. Es ist für die besten. Siegmarite Archlektor. Und jetzt? Ja. Tja. Und jetzt? Ja-na. Ja, ja. Ihre Familie ist sicher. Und jetzt? Und jetzt? Ja. Ja, ja. So, und wir holen das Menschenreich wieder zurück, die hier oben schon noch gerne vertrieben hätte. Ich habe keine Zeit für das. Lass uns das gemacht. Summon die Elektrikanten. Ist es Zeit? Beginn! Featherless! Ich bin Prinz und Empferber. Ever-vigilant. Ihr Wort ist meine Kommandung. Bei Sigma. Ready to serve. Archlector! Praise me for Sigma! Sehr gut. Das spattet uns noch ein bisschen ein. It is time! Den Nachkämpfer schlechte ich hin. Wer kenne? In die Provinzen? Ich werde den Mann marscheln. Wer kenne? Sie dürfen selber entscheiden ab jetzt? Okay. Ich weiß nicht genau, was hier passiert ist, aber Archon ist weg an der Stelle, ne? Mal die Gegner, wo ich ihn nicht sehen kann. Ready! Du willst? Das ist verabschieden! Ich werde mich nicht verabschieden. Ich werde mich nicht verabschieden. Ich werde mich nicht verabschieden. Und die Zwerge treten gerade den in den Arsch. Ich hätte so darauf gehofft, dass wir verhandeln können, nachdem wir die Städte haben und den ultimativen Sieger scheinbar nicht. Das ist sehr schade. Dann muss ich sagen, für das nächste Mal umstellen. Ist halt wie sie ist jetzt. Nicht vermutlich! Ähm... Die zwei würde ich eigentlich gerne noch snacken. Die Weltenwanderer. Die haben Ehringard zum Kumps geholt. Ist ganz schlecht. Aber Boris, der macht da oben, ne? Der ballert da schön durch. Das ist gut. Ich brauche was zu trinken hier. Also wie gesagt, ich wollte den Norden noch holen, um den grossen Sieg noch zu schaffen. Und dann ist gut für mich. Weil den grossen Krieg gegen die Zwerge, den haben wir abgewehrt, muss ich sagen. War jetzt spannend. Bin nicht so happy damit. Dass ich jetzt keine Verhandlungsmöglichkeiten mehr habe. Ähm... Die Hochelfen machen einen guten Job im Norden. Das heißt, die Gewässer sind da gesichert. Die Waldelfen unterstützen mich so gut, es geht im Süden unten. Aber... Ich muss schon echt viel machen. Also in allen Ecken und Enden schon echt viel machen. Das glaube ich eher nicht, dass der jetzt hier auf einmal auftaucht, muss ich sagen. Ich glaube ich eher meine Zweifel ist, dass das jetzt hier nicht passiert, glaube ich. Ich glaube ich eher meine Zweifel ist, dass das jetzt hier nicht passiert, glaube ich. Bei den Kommentaren. Waffe den Mann. swoje Les der Wundzeit kommen? compressor. Die nur die Schietplätze sind im Saat auf. Sie gehen auf die Weislaufung. das spieler wurde es zeigen lassen naja hat noch nicht mal zugang zum wasser er rutscht jetzt gerade drüber hierhin obwohl er überall auch noch feinde hat also die hier safe und das da unten doch gar nicht jedoch dann stimmt es nein dann ist okay es ist trotzdem abfugt aber es ist ich möchte meinen franz wir wollen jetzt ja wir können das gleich mal verpisten dann gefällt es ehrlich korea zu trotter und distinktion mal Ich kann ihn nicht in den Bergen lassen. Das ist was Sie sagen, wenn Sie ihn hinkriegen. Ich muss hier trotzdem mal hin. Was ist unthinkbar? Die Krieg! Das wird die Nation verletzen. Was? Du was? Schon wieder voller Minder, ne? Ich muss dazu die gerade auszuprobieren. Und irgendwie, ich sag dem Waldelfen Graf Maldian und irgendwie hängt er hier ein bisschen in der Schwibbe. Bist du nicht aufgegriffen? Sonderweise nicht. Okay, nein, gut, dann verstehe ich die Zwecke, aber warum sie jetzt rüberkommen. Weil sie sind mit allen anderen fertig. Gehe! Ich glaube nur ein bisschen schade, dass die jetzt echt... Die waren tot, ne? Die sind jetzt so wieder da gewesen, ne? Die ganze Zeit haben sie alles wieder eingenommen. Okay, der oben hat sich festgefahren. Ja... Ich wöre für die Bege. Ich wöre für die Wundam. Ich wöre für die Wundungen. K concisier mich. Ja... Ich wöre für die Wundung! Ja... Ja... Sie werden sie von Outsiders gesehen. Ich weiß nicht ob ich ihm das schenken will oder nicht. Ich glaube hier noch irgendetwas rein um den Wert zu erhöhen davon. Bei Sigma! Unverteilt Kontakt! Das ist ein Wichtigkeitspunkt einmal wieder. Ever vigilant! Punchman General! We're next! We're next! We're next! We're next! I'm in Ascent. Wir gehen sie jetzt schnell holen. We're next! 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 raus das nicht die silber feste und das dann habe ich die mal hier nach hinten gedrückt ja das fällt eh gleich an die zwerge will ich da jetzt noch machen doch D open silence do not bargain with me creature I shall turn your vocal death walks marauders all despoil and ravage die drücken hier im Norden gerade ungeil rein müsste nicht oxjodl oder zinsch noch leben dass die mal gegen die zwerge los rennen ist voll geil als dünenkönigreich war sehr wenig hilfreich tatsächlich sogar kontraproduktiv weil sie angefangen haben mich anzugreifen jetzt also die anhänger des nagash ich krieg die zwerge doch auch nicht tot also ich hätte sie jetzt tot gekriegt aber dadurch dass jetzt die gruft die es noch da sind und dass zusätzlich die die expeditions zwerge noch da sind kann ich mit den zwei armeen das nicht mehr regeln das hat zeitlang geklappt aber aber die sind jetzt tot leben oh das hat die die Ungünstig. Wir hätten alles gelöst. Jetzt wollen wir jeweils einander aber wieder angreifen. Jetzt sind sie wieder am Start. Ja, du hast es richtig gelesen. 31. Siedlung überziehen. Der ist der zweitmächtigste. Er hat die Zwerge überholt. Er hat die Zeit clever und sehr sinnvoll genutzt wohl. Die Höhung ist hier oben. Ich bin der Supremer Patriarch. Geh! Wind of Shaman, I will. Was habe ich getan, um ein Diskurs zu erzielen, mit einem so lowly? I will not fail. Wunderbar. I serve Sigma. Ich will sie eh nicht aus. Here to serve. Eislauf. Order to serve. Very well. Champion of the faith. Following Sigma's path. To strengthen the Empire. Let us move. I'm gespannt, ob ich sie klauen kann. So. Was mache ich jetzt hier? Not likely. Die Armeen sind beide schwach, aber die Armeen sind sie eben nicht. Ich könnte nochmal eine Runde rennen. To battle. By Sigma's right. It is for the best. Do you take me for a wazwick? What? Is unthinkable. Ich sehe nicht, wie weit er normal kommt. The Empire. To strengthen the Empire. I am a runelord, not some smith. I am a runelord, not some smith. I am a runelord, not some smith. How about, hmm? No. How to proceed? Leave no one behind. Playing the trap. I command here. Onwards! This action does not have my consent. Scheiße. That's not. Yes, my lord. By Sigma's right. For Mammuts und alles. Warrior of Sigma. Und ob der versucht, mich jetzt da zu holen. Was ich jetzt mache, ist, wir überleben jetzt mal die Nordlinge wieder. Ah, laut Zyros ist irgendwo in der Amigo gestaut. Zyros ist irgendwo in der Amigo gestaut. Jetzt sind diese Fähigkeitspunkte. Ich kann das selber machen, Zyros. Was schon? Okay. Also in der nächsten Runde werden wir noch mehr Minus sein, weil wir den Maskatenschützen noch holen. Ich muss das Gebiet hier über dich aufgeben müssen. Wir werden es mit den zwei Armeen noch so lange halten, wie es geht. Das rauszögern, dass wir den Norden noch sichern können und die einen Zwerge vielleicht noch killen. Das Kislev jetzt konföderiert hat, ist schlecht für uns. Weil dadurch existieren weniger Armeen. Zwei kleinere Kislevs, also zwei kleinere Kislev-Nationen, bringen zusammen mehr Truppen hervor als eine konfigurierte mittlere. Ob Zinch zu den Echsen links ist? Ja, Grosswander sind kann er glaube ich gar nicht. Weil das andere gehört den Zwergen. Dann gibt es unten noch die Echsen. Das heißt, er muss links sein. Hat gar keine Wahl. Unterhalb ist gescheitert. Das macht ja nichts. Die haben versucht, mich daran zu hindern. Alles, was wir hier mühsam erobert haben, holen sich die jetzt. Genau. Zardos sei es jetzt in den Händen von denen. Seht auch nicht häufig. Mit Wulfric zusammen, der hat sich auch bereit daneben gestellt. Ach du heilige Scheiß. Gleich abgerissen. Mammuts. Keine Ahnung, ja, ja. Ich bin bereit. Das ist jetzt ungeschützt. I will not dis- You summon me. Begun. I will not disgrace my ancestors. Do you think so? Move! Huntsman General, not a chance. Warum soll jetzt einer kommen von denen, ja. You cannot manipulate me. What does the Emperor bid? Into battle! Begun, feather it! So, weg mit denen. Da ist solche drauf. Hier, um zu servieren. Ich werde alles für Sigma tun. Verwalt von Sigma. Archlektor! Da oben kommt der. To arms! Yes! A sound plan! Gehen wir mal da hin. Gehen wir mal da hin. Die Hörerchen gehen mal da runter. Da sitzt die Frage, schaffen wir das? Das ist sicher wieder einer dieser Siedlungen, die wir dann gar nicht hinkriegen. Das geht. Das geht, das geht. Das geht, das geht. Äh... Und dann... Darf ich das? Ja. Jetzt ist halt die Frage, ist es machbar? Kriegen wir das hin? Dann knacken wir ihn so. Not for you to know. Sagbar ist mit uns! Archlektor! Ey Gunnar, danke schön für den Raid. Auch an dich. Danke man. Danke schön, danke schön. Bingele, danke schön für 16.00. Entscheidender Sieg. Steht mir was weg? Nein. Nein. Zurück. Das bedeutet, wir haben ihre Hauptdings genommen. Jetzt geht es eigentlich darum, hier so tak 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 tak. Das hier. Zieh irgendwie hier noch. Dann sind wir die los. Kann ich mich auf den Norden konzentrieren. Der Mauser noch nicht bewegt. Nein! Beacon! Stop that! Beacon! 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 Aaaaaaah! Was? Es ist für das Beste. Es ist Zeit. Es wird Zeit. Wir rutschen mal schnell hier so rein. Es ist eine Katastrophe. Es ist so eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Ich helfe Sigmund. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Nagenhof. 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 Korruption. Minus. Alles überall. Jeder. Babababababa. Ich bin ja grüß dich hier. Was wird hier geleistet? So viele technische Schwierigkeiten heute haben. Ja, bei mir sind es keine technischen Schwierigkeiten. Gut, die Zwerge sind sehr technisch. Also sind es irgendwie auch irgendwo, irgendwo, wenn man will, auch technische Schwierigkeiten, die wir hier haben. Ja, er macht einen Hinterhalt bei mir. Ich wollte doch einen Hinterhalt bei ihm machen. Nein, nein, ich spiele nicht die Zwerge. Ich bin das Imperium. Ja, greife mich die Fähigkeit an. Aber eigentlich stand meine Armee da im Hinterhalt, um diese Armee abzufangen, dass wenn er diese Armee angreift. Also die andere Armee stand im Hinterhalt, dass die geschützt wird. Der Hinterhalt ist aber wohl gescheitert und jetzt hat er mich mit Dings angegriffen. Boris geht jetzt drauf. Jetzt kann ich nicht Pause klicken hier, so. Das wäre ich sehr erstaunt, wenn ihr das irgendwie hinkriegt. Ich bin der Moment ab. Ich würde mich gleich wiederfilmen. Daher habe ich auch gesagt, bitte was ich. Ich bin der Mann, ich bin der Mann. Ich bin der Mann, weil ich mich nicht so gerne aneimische Armee geht. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Wer mich bis jetzt hierher, nicht so schwer und ich fərikt. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Es war immer so sicher, wenn ich hierhin in die Mannschaft beinhahe. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich finde die Einschmacht. Dumm. Amper, Wizard! Free company! Send us out! No! Free company! Ja und hier noch schnell alle Fähigkeiten drauf, Kuri soll auch noch schnell und dann, jetzt muss ich kurz gucken. Wen habe ich denn hier noch dabei? Ah, die Freischäle sind hier noch dabei. So, wenn ihr Kommandant fällt, ist das mal gut. Versuchen Sie das mal, versuchen Sie das mal. Ja, ha, 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 ha. Das schaffst du nicht, glaub du mir lange. Das ist machbar, ne? Sieh so ein Glück. Immer schön rennen und immer schön rennen. Sieh so ein Glück an die Geschichte. Sieh so ein Glück an. Dibиб! Agusthora noch! Dibbps! Dibbps drei, Stiscклад aus! Dibbps für die Empurie! Sieh sagst den Curt. Und Gunn Werner! Sieh an! Rundt dran! Sieh an! Sieh an! Die Ф๋ чем whoever! Sieh an! Das sieht gar nicht schlecht aus, sieht gar nicht schlecht aus, sieht gar gar nicht schlecht aus. Oh ja, das kriegen wir sowas von oben. So, hier mal in die Mitte. Werfen sie, werfen sie, werfen sie, ja die BUM BUM BUM! Die BUM BUM BUM! Jetzt macht's BUM BUM BUM! So funktioniert's, so funktioniert's. Sehr schön, die Flehen, dann können wir die BUM BUM BUMs da drauf schmeißen, das ist doch cool. Dann nochmal einen schönen Sauber. 1 Sekunden noch, dann nochmal. Die Infanterie ist völlig am Arsch, was willst du machen? Okay, ich auch so, ne, die coole Taktik mit wegrennen und schießen und wieder wegrennen. Das hat sich den gerufen, aber gar nicht eingesetzt. Mega clever von mir. Smart, smart, sehr smart. Aber es will nicht gleich alles, voll geil. Ja, hey, die ho, da sind die Leute froh. Let's go. Mach den Platz. Warte den Rest noch schnell um. Heben bitte noch, die noch wieder schnell mitnehmen, hier geht das. Hm hm, hm 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 hm. So, werft die BUM BUMs? Das ist übrigens die wissenschaftliche Bezeichnung dafür, die Bum-Bums. Das sagt man auch so, also auch in den elitären Kreisen nennt man die so. Die Bum-Bums, völlig normal. Da werfen sie die Bum-Bums. Also, ich würde mal sagen, die haben uns den Arsch gerettet. Ich behaupte, dass ein erneutes Mal die Grenzmänner mit den Granatwerfern uns den Arsch gerettet haben. Wollen wir schauen, wie viel Schaden sie gemacht haben und was sie gekillt haben. Sie haben 206 Leute getötet und einfach mal 35.000 Schaden gemacht. 35.000 Schaden. Ich bin auch ein bisschen 35.000 Schaden. Gut, die zwei, wir haben es geregelt. Wegreiten, reinschießen, töten. Wegreiten, reinschießen, töten. Das war's. Wollte ich eigentlich mit 120 bei dir raiden, aber auszusehen den Stream beendet anstatt die Aufnahme. Technische Schwierigkeit. Ja, dann würde ich sagen, dann hast du die Crème de la Crème. hierhin geschickt. Die, die gesagt haben, weißt du was, auch wenn Gönner offline ist, ich gehe noch rüber, da wohin gerettet wird. Ja. Also. Die Exquisiter Community ist jetzt hier. Grüße von Sigma. Haben sie 25.000 gemacht? Echt? Habe ich es wieder mal falsch gelesen, falsch gesehen. Ich glaube, wir müssen in der nächsten Folge den Norden da einnehmen. Für das ist alles, was ich überhaupt... Vier Armeen, meine Damen und Herren. Wir haben noch drei Armeen, beziehungsweise vier Armeen, die sich mit den, den, äh... Karak... Ich weiss nicht, wie die Zwerge rechts seid. Die roten. Die roten Zwerge. Die Berserker-Dudes. Äh, zwei, die sich hier mit Clan Angrund und der Expedition beschäftigen, die gerade raten, und drei Armeen, die sich mit den Hauptzwergen beschäftigen. Es ist einfach mein Ziel, mal sicher die einen oder anderen Zwerge rauszukicken. Das wäre machbar, oder? Ist das, ist das eine verteidigte Siedlung mit, 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 mit Def und Gedöns? Das ist mit Def und Gedöns. Ja, meine Damen und Herren, dann werden wir in der nächsten Folge, ähm, das hier machen. Und zwar selber kämpfen. Wenn ich so auf den Let's Blood-Channel gucke, lasst ein Like, da lasst ein Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.